Ah, nur der kleine Mann kann daran was ändern, was ändern, uhuhu. Ah, nur der kleine Mann kann daran was ändern, was ändern, uhuhu. Die Finanzdiktatur ist im Endstadium, schau dich nur um. Sie können lügen und betrügen, doch die folgen ihres Tuns. Rücken ins Tageslicht, sie haben Geschäfte gemacht und uns ausgenommen. Schau dich nur an, sie konnten stehen und sich nehmen, was nicht die Rah war. Doch damit ist jetzt vorbei. Wann begreift die Arbeiterklasse, dass nur sie was ändern kann? Alles andere hängt ab von dem, was sie macht, denn sie ist die Basis. Wann begreifst du da draußen endlich, dass es noch Sklaven gibt? Sie gehören einem System, das auf Wachstum basiert und immer wieder zusammenbrechen wird. Ah, nur der kleine Mann kann daran was ändern, was ändern, uhuhu. Ah, nur der kleine Mann kann daran was ändern, was ändern, uhuhu. So lange in der Welt Kapital regiert, ist kein Platz mehr für alle. Personalabbau, die Qualität wird vermindert und ein Aktionär kauft ne neue Yacht. Es können niemals alle gleichreich sein, hab ich in VWL gelernt. Du hast nur mehr, wenn ein anderer weniger hat und aus Leid wächst Gewalt. Und das führt zu den Problemen, die wir tagtäglich sehen, in der Straße, auf dem Bildschirm. Wohlstand für alle können wir nur erreichen, wenn wir der Gier den Rücken kehren. Denn die führt zu den Problemen, die wir tagtäglich sehen. Sperr mal deine Augen auf, wir schaufeln uns unser eigenes Grab, weil wir das System nicht verstehen und ich singe. Ah, nur der kleine Mann kann daran was ändern, was ändern, uhuhu. Ah, nur der kleine Mann kann daran was ändern, was ändern, uhuhu. Ah, nur der kleine Mann kann daran was ändern, uhuhu. Endstadion 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 Endstadion